Rund 6 in Baden-Baden. Der erste Spiel war gegen Georg Mayer. Du spielst mit Black und du spielst mit einem sehr interessanten Novotje. Ja, in meinem Rubinstein-French gibt es drei große Länge. Was Maxim versucht hat, ist eine von ihnen. Ich hatte da schon viele Spiele. Ich wusste, dass der Bc5 sehr stark ist. Ich war sicher, dass ich ihn gegen einen sehr starken Spieler hätte. Es sieht sehr counterintuitiv aus. Ich bewege den Bischof, der wieder neu entwickelt wurde, während meine Queen-Side noch schlägt. Aber in dem Spiel wurde es klar, dass die Idee sehr konkret ist, dass ich mich freiwillig von E5 zu spielen. Wie ist es, wenn du eine Novelte findest? Wenn du nicht Angst hast, aber andere Master- und Grand-Masters haben die gleichen Programme, vielleicht Computer-Programme, haben die gleichen Idee, und die benutzen sie bevor du es machst? Wie handlst du das? Normalerweise ist es so. Natürlich hat jeder eine gleiche Information, in welches die erste Länge der Computer-Engine ist. Aber, zum Beispiel, der Bischof Bc5 ist weit von der erste Wahl der Computer. Und wenn du eine Idee findest, die die Computer nicht sehen, dann hast du etwas Precious. Und, bevor ich ein Student bin, das war jetzt schon seit sechs Jahren, ich war sehr gut vorbereitet in den Öffentlichen. Ich hatte ein paar stronge Novelteien, aber habe ich begonnen, viel weniger Chess zu spielen. Und dann, natürlich, über die Jahre, von einem von einem, ich sah fast alle in den anderen Spielern also, was du sagst, ist wahr. Aber in diesem speziellen Öffentlichen, in meinem Freund, da gibt es nicht so viele stronge Spieler, die es spielen, außerhalb von mir. Also, wenn ich etwas finde, dann ist es meistens für mein eigener Vorteil. Okay. Wir sprechen hier über die Präparation. Wir haben hier auch über das Spiel gegen Magnus Carlsen gesprochen. gestern. Was ist falsch in der Präparation? In der Präparation ging es eigentlich ein paar Dinge falsch, weil das Grünfeld ist eine Öffentlichung die viele lange, fürchte Linien ermöglicht. Wenn du einfach gut vorbereitet hast, wirst du meistens ein Dray gegen jemanden wenn das ist, was du willst. Und, weil ich nicht den Grünfeld vor dem Tournament gesehen habe. Und, wenn Magnus es spielte, war ich ein bisschen schockiert. Und, was ich getan habe, war unglaublich stupide, aber es war eine Art impulsive Reaktion. Also, ja, es ist ein Scham, wenn du ein Spiel mit einem Auto-Fight wenn du eine Chance gegen den Weltkampion spielen bekommst. So, das ist das, was ich am meisten regrette. Nicht das Resultat in sich, aber, dass ich einfach die Chance gegen ihn ein normales Spiel spielte. gegen ihn Ja, das ist ein bisschen schade, natürlich. Hast du noch Zeit, um alles zu vorbereiten, für das Tournament, weil du musst deine Master Thesis in Economics nächstes Jahr Hast du noch Zeit, um alles zu vorbereiten, für das Tournament? Obviously, es ist eine große Konstruktion, wenn du etwas anderes zu tun hast. Und, in meinen Studien konnte ich nach dem Tournament aber jetzt dieses Thesis ist, natürlich, ein sehr großes Projekt, und, das hat viel Fokus in den letzten Monaten gebraucht. So, in diesem Sinne, natürlich, habe ich versucht, zu vorbereiten, aber ich konnte es nur so gut machen, wie ich konnte, unter diesen Umständen. weil, wenn du solche Invitations bekommst, kannst du nicht wählen, wann es kommt, aber du musst es nehmen. Hast du noch Pläne für alle Tournamente, nachdem du deine Thesis oder nachdem du dein Studium endest? Ich werde eigentlich ein bisschen im Sommer spielen. Es ist vielleicht der letzte Sommer, in dem ich so aktiv bin. Ich werde in den Germanen Championships spielen. Dann gibt es die internationalen Maccabi-Games in Israel, alle vier Jahre. Sie arbeiten wie ein Olympiad, nur für die Jewische Gemeinschaft. Sie haben alle Olympische Sporte, aber auch Spiele wie Chess. Ich werde Deutschland dort representieren. Okay, dann wünsche ich dir gute Glück mit deinem Studium und deinem Tournament. Danke.